Bei Plastikpferden ist es schnell passiert. Das Modell fällt runter und hat im schlimmsten Fall nicht nur ein paar Rubs, sondern ein Ohr oder Bein ist abgebrochen. Wie ihr das praktisch und preisgünstig reparieren könnt, zeige ich euch heute. Mein Modell der Marke Wendy, dem zwei Beine abgebrochen sind, wird dies veranschaulichen. Dazu braucht ihr nur Sekundenkleber und Backpulver. Dieses hilft, die abgebrochenen Teile wieder bombenfest anzubringen. Ihr gebt ein paar Tropfen Kleber auf das abgebrochene Pferdebein. Mit einem Löffel gebt ihr etwas Backpulver darauf. Dann tragt ihr auf den anderen Teil des Beins auch Kleber auf. Nun könnt ihr die beiden Teile zusammenkleben. Wenn die Mischung noch nicht hält, gebt nochmal etwas der beiden Komponenten hinzu. Eure Bruchstellen könnt ihr dann je nach Art des Bruchs noch mit Apoxie aufmodellieren oder mit etwas Farbe retuschieren. Ich wünsche euch beim Nachmachen gutes Gelingen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.